Hier sehen wir die AIDA-Bar. Immer schön stern für mich, dass viele Leute hinpassen. Hier ist dann die Band. Und hier wird abends richtig gefeiert. Hier geht's gleich mal hin mit der besten Aussicht. Ja, und so ein Restaurant, das höre ich ein, ich bin dran schuld. Das ist das beste und traurste Restaurant, ein ganzer Schiff. Also noch mal zu der Bar. Das ist die größte, die lauteste Bar. Leitmusik dort abends. Hier ist auch die Bayerischer Musik, da steppt der Bär. Hier ist es toll, hier ist es laut, wer da ist. In der Nähe der Bär. Danke. Danke.